Nummer 2, Noten. Nummer 3, Van Ierse, De Jong. Im Strafraum des Gegners, De Jong. Ickersberger Brügge ist ja dabei, nämlich Rüd Gehls, der Mann mit der Nummer 8, er ist ebenso wie Noten. An diesem allerdings verunglückten Pass hat man gesehen, dass die Österreicher ihr Heil in schnellen Konterattacken sucht. Aber jetzt ist es schwer, den Ball wegzubekommen. De Jong hat... De Jong. De Jong. De Jong. Wim Jansen. Der Jong. Wim Jansen. Und das kein Tor, warum das bestimmt nicht die Schuld von Johann Preuf. Pac. Der Jong. Ja! Taeyong.